So Leute, im heutigen Video werde ich es mal ganz simpel halten und ich zeige euch einen Chart mit einem unfassbaren Pattern, das wirklich jeden einzelnen Bitcoin Bullrun stattgefunden hat. Bleibt also unbedingt dran, damit ihr das nicht verpassen werdet. Es wird ein Update über alles, was gerade bei Bitcoin passiert ist, geben. Dann über Ethereum, Altcoins, die traditionellen Märkte. Ich werde euch zeigen, worauf ihr jetzt achten solltet, was mögliche Squeezes angeht, dann wo die Hebel aus dem Markt gespült werden, was dann natürlich wieder zu heftigen Preisbewegungen führen würde. Und natürlich sprechen wir dann auch noch darüber, ob wir bald eine Altcoins Season sehen könnten. Deshalb bleibt auf jeden Fall vom Anfang bis zum Ende dran und damit willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor dem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt mal loslegen. Gestern haben wir einen weiteren Pullback für Bitcoin gehabt. Die orangen Linie hat versucht, den Bitcoin-Preis oben zu halten. Das ist uns nicht gelungen. Wir hatten eine richtig fette rote Kerze, nachdem wir dieses Level verloren haben. Wir sind bis auf 59.900 gegangen und dann tatsächlich hatten wir einen Bounce nach oben. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, es gibt einige interessante Sachen. Das erste ist, dass wir echt nicht ganz so tief gefallen sind, wie das vorige Swing-Low, was wir hier an dieser Stelle gehabt haben. Das bedeutet, zumindest haben wir mal an dieser Stelle ein Higher-Low gemacht. Das ist also auf jeden Fall schon mal eine gute Sache und zwar beim Wig und auch beim Körper der Kerze. Das bedeutet, wir haben hier definitiv einen höheren Punkt an Unterstützung gefunden. Gute Sache. Die zweite Sache ist die, dass dieser Bounce, den wir momentan haben, dass wir jetzt schon wieder dabei sind, diese orangen Linie zu retesten. Sollten wir es schaffen, da durchzubrechen und eventuell ein weiteres Higher-Low machen, dann könnte uns das, ja, das könnte zumindest mal der Anfang von einer kurzfristigen Trendumkehr sein. Aber insgesamt, wie ihr wisst, wenn ich etwas weiter raussumme, dann glaube ich, dass wir für diesen Monat und wahrscheinlich auch im Juli, dass wir mehr oder weniger seitwärts laufen werden. Aber lasst uns jetzt einfach mal ein paar andere Sachen anschauen und zwar einige der Hinweise darauf, die wir kurzfristig sehen können. Also, lasst uns jetzt mal bei Ethereum schauen, wie es aussieht. Hier kann man sehen, auch hier laufen wir nämlich seitwärts und es wird zumindest erwartet, dass der Ethereum ETF schon relativ bald gestartet wird. Da gibt es gleich auch noch ein Update zu. Aber gestern konnte man auf jeden Fall sehen, dass wir einige ganz wichtige Daten gehabt haben, die veröffentlicht worden sind. Und nach den Daten konnte man sehen, die traditionellen Märkte sind nach oben gegangen und haben tatsächlich ein neues Allzeithoch gemacht. Dann haben wir allerdings einen Abverkauf gesehen und wir sind für die traditionellen Märkte nach unten gegangen. Wenn wir uns mal den Daily Chart anschauen, sieht das Ganze so aus. Das bedeutet, wir haben es nicht geschafft, überhalb dieser orangen Linie bei 5556 zu schließen. Das ist das nächste wichtige Level, das wir durchbrechen müssen und vor allem auch darüber schließen müssen. Ich werde euch natürlich auch weiterhin darüber auf dem Laufenden halten, was die traditionellen Märkte angeht. Aber warum ist das überhaupt so wichtig? Naja, weil wenn die traditionellen Märkte weiter gut laufen, dann glaube ich es, dass es lediglich eine Frage der Zeit ist, bis auch Bitcoin diesen Rückstand wieder aufholen wird. Die Daten, die gestern veröffentlicht wurden, hier kann man sehen, die sind ziemlich genau das, was erwartet geworden ist. Es zeigt, die Inflation kühlt sich ein kleines bisschen ab. Nichts allzu dramatisches in dieser Hinsicht und dann würde ich sagen, lasst uns erstmal die Liquidierung anschauen, bevor ich euch diesen echt super krassen Chart zeige. Was potenzielle Liquidierung angeht, kann man sehen, wir haben hier Richtung nach unten, nicht ganz so viel. Wir haben hier ungefähr bei 60.000 Dollar ein paar, aber wo es wirklich kritisch wird, ist nach oben. Wenn wir einen Pump nach oben haben sollten, kann man sehen, hier haben wir definitiv die Möglichkeit, dass wir einen kleinen Shortscreen sehen könnten, weil natürlich an dieser Stelle Shorter liquidiert werden und zwar vor allem bei 61.500 Dollar. Das bedeutet, wenn wir einen Pump bis auf 61.500 Dollar sehen sollten, dann müssten die Leute, die Bitcoin shorten, die würden gesqueezed werden, müssten zurückkaufen und wir könnten, wie gesagt, einen schönen Pump nach oben sehen. Das nächste Level, wo wir wirklich richtig, richtig große Liquidierung haben könnten, das wäre hier oben bei ungefähr 62.000 Dollar. Lasst uns das also auf jeden Fall weiter im Auge behalten und jetzt lasst mich euch mal diesen absolut krassen Chart zeigen. Was wir hier nämlich sehen können, ist ein ganz, ganz klares Pattern, was die Trends angeht und vor allem wie Bitcoin immer in einem Bullenmarkt sich verhält. Man kann hier sehen, immer, also erst hier unten links, sieht man, dass wir dieses Dreieck haben, wir haben diese Dreiecksformation, wir haben einen Breakout, wir machen ein neues Allzeithoch, wir haben eine parabolische Phase nach oben und dann gehen wir in den Bärenmarkt. Soweit, so gut. Was ich jetzt von euch möchte, ist, dass ihr hier mal darauf achtet, wir haben eine nach oben gerichtete Trendlinie und dann haben wir hier an dieser Stelle noch diese horizontale Trendlinie. Jetzt schaut euch mal diesen Boden an. Zunächst mal haben wir den Boden an dieser Stelle und dann, was danach passiert ist, nämlich, es hat, das ist im Übrigen auf dem Weekly Chart, es hat 152 Kerzen gedauert. Ne, äh, doch, das sind 1064 Tage und zwar hat es so lange gedauert, bis wir den Peak des Zyklus erreicht haben. Und was wir jetzt auch in der Mitte sehen können, ist, dass wir eine Konsolidierung innerhalb dieses Dreiecks haben, die sich quetscht und dann, ungefähr in der Mitte, innerhalb dieser Konsolidierung, das ist der Zeitpunkt, wo wir in die parabolische Phase übergehen. Und nochmal, es hat 1064 Tage gedauert. Dann haben wir die Spitze, wir haben den Peak, wir haben die Trendlinie, die nach oben gerichtete, wir haben hier diesen Covid-Dip, den wir gehabt haben, was meiner Meinung nach ein Black Swan Event gewesen ist. Aber auch hier, der Trend war eigentlich nach oben gerichtet und jetzt schaut mal, vom Boden haben wir wieder 152 Kerzen, was 1064 Tage sind und das ist ungefähr der Punkt, wo wir die Spitze des Bullenmarkts erreicht haben. Wir gehen in einen Bärenmarkt, wir haben jetzt wieder eine nach oben gerichtete Trendlinie, der Boden, der ist hier ungefähr bei, ja, oder dieses massive Breakdown, genau, das massive Breakdown, was wir hier an dieser Stelle gehabt haben. Und zack, wir gehen nach unten, wir finden Unterstützung und man kann sehen, die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Wir haben wieder Konsolidierung, eine nach oben gerichtete Trendlinie, wir haben die horizontale Trendlinie und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, werden wir wieder die gleiche parabolische Bewegung nach oben sehen, wie immer in den früheren Zyklen? Lasst mich das mal im Kommentarbereich wissen, was ihr denkt, aber meiner Meinung nach sieht das echt richtig, richtig gut aus. Das ist natürlich auf dem Wochenchart, das bedeutet, es wird eine ganze Weile dauern, bis sich das Ganze ausspielen sollte, selbst wenn dieser Chart korrekt sein sollte. Eine andere Sache, die ich euch zeigen wollte, ist der Ethereum-zu-Bitcoin-Chart, wenn man Bitcoin gegen Ethereum chartet. Und was ich euch hier zeigen möchte ist, oder was Ali hier zeigt ist, wir haben ein Moving Average, das ist der 300, genau, das ist der 1 Jahre Single Moving Average. Auf jeden Fall können wir hier sehen, dass wir durch diesen Moving Average da oben durchbrechen und was er hier andeutet ist, dass das der Start einer krassen Altcoin Season sein könnte. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht, dass wir schon ziemlich bald eine riesen Altcoin Season sehen werden, aber er argumentiert zumindest so, dass ein Durchbruch durch diesen Punkt eben zu einem Startschuss führen könnte. Lasst uns das zumindest mal im Auge behalten. Ich glaube allerdings trotzdem, dass es noch etwas länger dauern wird, bis die ganzen Altcoins komplett verrückt laufen werden. Natürlich, klar, gewisse Altcoins, die laufen immer gut. Ich habe sogar ein Video gemacht, was ich wahrscheinlich heute oder morgen veröffentlichen werde, wo ich noch einmal über ganz spezifische Altcoins spreche. Aber, um ganz ehrlich zu sein, jetzt glaube ich noch nicht, dass wirklich alle Altcoins explodieren werden. Dann, was den Ethereum Spot ETF angeht, es wird erwartet, dass er innerhalb der nächsten zwei Wochen genehmigt werden wird. Lasst uns das also auch weiter im Auge behalten. Die SEC verklagt Konsensus, was der Schöpfer von Metamask ist und zwar wegen Liquid Staking. Wie ihr wisst, es gibt ja diese Liquid Staking Protokolle wie Rocketpool, Lido und ja, die sagen jetzt auf jeden Fall, dass das alles Wertpapiere sind. Und die SEC verklagt die jetzt. Ja, ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht, dass sie diese ganze Klagen gewinnen werden. So wie immer, bis jetzt haben die ja eigentlich fast alles verloren. Wir werden allerdings einfach mal abwarten. Ich halte euch natürlich wie immer über alles auf dem Laufenden. Aber diese ganzen Liquid Staking Protokolle, Lido, Rocketpool, die Preise sind aufgrund dieser Klage nach unten gegangen. Aber nochmal, wir behalten das einfach im Auge. Ich glaube nicht, dass die SEC die Klage gewinnen wird. Im Großen und Ganzen war es das dann auch schon fürs heutige Video. Wie immer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid und wir sehen uns dann im nächsten Video.